Ich bin Michael Bongatz, AXA, Programmleiter Transactional Business. Ich bin dafür verantwortlich, die AXA auch weiterhin zukunftsfähig zu machen und bin dafür verantwortlich, innovative Geschäftsansätze zu entwickeln. Sprich, ich zusammen mit meinem Team entwickle neue Geschäftsideen, sehr, sehr stark orientiert am Kundenbedürfnisses, neue Angebote und Services, die zum Teil auch ein bisschen darüber hinausgehen können, was wir heute konkret als Versicherung anbieten. Und daneben gibt es natürlich dann viel zu tun, die Verbindung hier in den Konzern herzustellen, Ideen, Lösungsansätze hier im Konzern abzustimmen, mit Leuten darüber zu sprechen, was man wie schnell umsetzen kann. Und damit ist die Woche ganz schön schnell ausgefüllt.